Willkommen zu einer neuen Folge Gaming Note 5. Wir spielen wieder New Super Luigi U und wenn es euch gefällt, dann abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Wir wissen jetzt gerade nicht, ob wir im richtigen Nutzer sind. Ich glaube schon. Ich glaube auch. Nein, wir waren schon im anderen Level. Ach komm, wir sind hier. Und ich weiß, dass wir das andere Level haben. Ja, dieses Level haben wir schon geschafft. Okay, ja. Ja, wenn sie machen. Ist ungefähr das, wo wir waren. Die wollen uns ärgern. Bestimmt. Ich hoffe, ich hasse das. Oh stimmt, ich bin jetzt rot. Nein, nein, warum? Was bist du für einer? Ich? Sorry. Ich bin jetzt mit L gedruckt. Ah Mist. Nein, ich wollte was. Willst du da? Ich wollte gerade Impossible Jump machen. Ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da. Ich bin an Impossible Jump gewohnt. Junge! Ähm, okay, die Mansachen. Ich kann jetzt sterben und das ist gar nicht mehr da. Ich habe das so lange gespielt. Oh, Ehreman. Danke sehr. Au. Billig. Witzung. Ich freue mich. Junge. Mh. 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 Der sechste. Ich hasse diesen. Ich hasse diese Level. Ich hasse diese Geister-Level. Ja, das ist einfach alles gemacht. Das wird langweilig. Ja, ich bin gleich am... Das wird auch langsam langweilig, weil wir schon gefütet... Ach so. Ich brauch keine Improße, bitte. Na, danke sehr. ...in dieser Welt zu sitzen. Dich hier verrufen. Du bist eh schon raus. Du bist eh ganz raus. Fit. Ja, aber es ist voll nervig, dass man sich im Weg steht dabei. Ich trage keine Mario-Cab. Oh, schnack dir so hoch! Junge, was macht? Wow. Ist auch süß. Einer von euch muss sich umbringen. Hey, warum? Warum? Achso, ne, doch. Du musst dich umbringen. Hä? Hä? Junge, hier ist ne Tür. Genau. Warum? Hier war ne Tür. Tja! Ja, von der wir reingekommen sind. Das passiert, William! Ja. Also wenn ich jetzt länger überlebe als ihr, da... Wow! Das war jetzt ziemlich peinlich. Also, das müsste dir ziemlich peinlich sein. Passiert. Okay, jetzt muss euch einer... Okay. Jetzt muss sich einer von euch umbringen. Okay. Okay, dann... Achso! Hä? Hä? Unter mich! Nein! Peace! Auf mich! Auf mich! Autsch! Pfff! Oh, scheiße! Oh, ich hasse... Gimme! Nein! Die... Die Platte dreht sich so... Doof! Was bringt der? Warum sprengt der die ganze Seite? Bitte, bitte, bitte! Geil! Nein, warte doch! Nein, ich hasse diese Stage. Nein! Oha! Ich hab ja vergessen den Chat. Warte! Wir realisieren mal, dass sie aussieht wie Peach. Oh mein Gott! Genau, ein bisschen anders. Genau, sie sieht so aus wie Peach, nur ein bisschen anders. Nein! Wir sind so schön gekommen! Okay, wir beide kriegen... Oh, wir sind so weit gekommen! Nein, was für? Nein, nicht wirklich. Na ja! Dank der Krone schon. Das ist immer so... Man weiß einfach gar nicht, wo man ist. Mopsi kann ja nicht wirklich sterben, außer er fällt runter. Das nervt doch nicht. Dieses Ladder haben wir eigentlich schon gemacht, oder? Wahrscheinlich schon. Ja, haben wir schon. Genau das habe ich gerade gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Nutzer war. Ja, genau. Du bist ja ziemlich sicher. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Und was, wenn es nicht dieser Nutzer war? Ja, keine Ahnung. Dann bin ich mir sicher, aber es stimmt nicht. Hä? Okay, das... Hallo, du bist der Einzige ohne Pils. Mach! Ja! Genau deswegen! Ich bin der Einzige ohne Pils, oder? Was machst du? Genau deswegen soll die es ja machen, weil ich der Einzige ohne Pils bin. Nein! Dann verliere ich ja Pils. Ja, jetzt. Jetzt hast du Pils. Pfff! Spreng auf mich, Antoni. Ich sag doch, wieso! Was? Was? Wie schlau! Hey, du! Selbstständig! Bitte sehr! Oha! Schlauheit in Person. Oha! Das ist schon, dass hier die Schlauheit in Person neben mir sitzt. Ah! Ah! Nein! Tut mir leid. Tut ihm nichts. Das war nicht deine Schuld. Ich will dich aufzubilden. Ey, Vincent! Ich brauch das! Ich brauch das! Du Kleiner! Lauf! Oh mein Gott! Junge! Du musst nicht springen! Lauf! Versuch einfach gerade durchzulaufen! Serioushaft? Ja! Willst du es? Wozu? Halte ich es denn doch wenigstens vom Pilz fern? Dann hätten wir noch ein bisschen überleben können. Dann schiebst du das Schild auf mich? Pfff! Ja! Soll ich sie auf ihn schieben, obwohl er schon tot war? Ja, es war deine Schuld. Doch, du! Es war meine Schuld! Du hast dich vom Pilz entfernt! Nicht streiten! Nicht streiten! Halten wir nicht ein! Wolltest du mich jagen, oder was? Wolltest du mich jagen, oder was? Ruhig schon 41 Minuten. Boah! Jetzt bin ich auch noch ganz tot! Ganz tot! Ja wirklich ganz tot! Okay, ich häng auf mich! Aber wir... Du schubst mich runter! Junge, man muss es gar nicht so machen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir sind echt ein gutes Team! Nein! Nein! Ja, dieses Level... Nein! Oh mein Gott! Wie geil! Oh! Oh! Nein! Oh! Da hättest du jetzt hingehen können! Warte, warte, warte auf mich! Junge! Nein! Nein! Du... War nur durchlaufen, gar nicht! Ich meinte nicht, dass man muss... Sondern man muss nicht springen dafür! Ich schneide einfach 26! Einfach ganz... ganz langsam da durchgehen! Und auffassen, dass kein Geist wird! Das ist wahrscheinlich in der letzten Minute zweimal! Mach uns nicht aus! Es gibt ne Anzeige! Oh mein. Oh mein. Nein. Nein. Immer. Wirklich immer. Ich sterbe immer an der gleichen Stelle. Ich will auch nur etwas länger am Leben bleiben. Es ist so ein Problem. Gibt es eine Stoff-Attackung? Doch. Ich meine eine Stoff-Attackung. Komm schon, spricht jemand auch nicht. Also vielleicht kann ja Mopsi sein. Dann bleibt immer einer am Leben. Das wird cheaten. Und Mopsi kann ja auch sterben, wenn er rumkommt. Geh auf mich. Wow. Spring auf mich. Das muss man gar nicht so machen, aber okay. Hier. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Nein. Bitte. Bitte. Nein. Ehrlich. Oh mein Gott. Warum rutscht der? Ja. Wo ist das? Eine Stoff-Attacke in den Abgrund oder was? Ja, ich mache auch öfters. Junge, mal. Odyssey, ne? Ich. Wir holen uns so Münzen. Okay, noch eins. Oder mache ich so eine Stoff-Attacke und dann bin ich doch nicht an der Stelle, wo ich sein soll. Oder mache ich so Stoff-Attacke nach unten und dann sterbe ich. Ich habe auch nur noch einen Versuch. Wenn ich noch einmal sterbe, dann her bin ich. Ja. Ja. Stell dir mal vor, wir schaffen es jetzt. Vor diesem Versuch sterbe ich hier. Okay. Ganz gut. Okay, aber jetzt spricht wirklich jemand auf mich, dass ich nicht schon wieder diese Whisky-Sache... Nein, musst du nehmen. Ach, muss. Ja, okay. Das hat gut geklappt. Warum mussten wir eigentlich immer auf dich drauf springen? Weil, ist der mit dem Pilz wahr? Wow. Wow. Und bist du nicht... Junge, warte. Tor, 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 Tor. Ja. Was, ich bin geslidet. Okay, ich habe nichts dafür. Ja. Okay. 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 Okay, vielleicht sollten wir das Privat einfach weitermachen, sodass wir dieses Level fertig haben, weil wir sowieso schon bei den anderen waren. Ja, wir versuchen es einfach weiter. Aber auf Kamera. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.